Hallo liebe Traderinnen und Trader, heute mal keine tickenden Charts, sondern eher ein paar allgemeinere Informationen und zwar das kurz und knackig. Mittlerweile gibt es ja einige Tools in der MT Tools Collection und auch ein paar entsprechende Bundles und in diesem Video möchte ich euch zeigen, welches Tool in welchem Bundle enthalten ist und bei welchem Bundle man den ein oder anderen Euro sparen kann. So als erstes gibt es die MT Tools Collection M, die gibt es auch schon ein bisschen länger und enthalten ist dort einmal die Toolbox, der MT Moving Average, Easy Copy und entsprechend neu hinzugekommen ist Plock und die MT Tools Collection M kostet 29,95 Euro, wenn man es monatlich bezahlt oder 599, wenn man die Einmalzahlung macht und man spart entsprechend durch das Bundle 9,90 Euro im Monat oder bei der Einmalzahlung 196 Euro. Neu hinzugekommen ist das Ghost Bundle, das enthält Ghost Pro, Ghost LLT und Plock. Das Bundle kostet im Monat 99 Euro beziehungsweise einmalig 1.999 Euro und man spart ungefähr bei der monatlichen zahlweise 20 Euro und bei der Einmalzahlung 378 Euro. So und wenn man jetzt das große Bundle haben will, dort sind alle Tools die es von uns gibt drin und zwar Toolbox, MT Moving Average, Easy Copy, Plock, Ghost Pro, Ghost LLT und kostet im Monat sonst 148 Euro oder wenn man es einzeln kauft kauft alles und per Einmalzahlung zahlt knapp 3000 Euro und im Bundle kostet das ganze 119 Euro monatlich oder 2380 Euro per Einmalzahlung. Im Monat würde man ungefähr 30 Euro sparen und bei der Einmalzahlung 594 Euro. Also ich denke, man sieht, dass man durch die Bundles den einen oder anderen Euro sparen kann und dass Bundles auf jeden Fall Sinn machen, wenn man nicht nur ein Produkt, sondern mehrere Produkte benutzen möchte. Gut, das war ein kleiner Überblick über die Bundles der MT Tools Collection. Macht's gut, bis bald, ciao, ciao! !